und wir müssen am anfang der aufnahme glaube ich jetzt geht's aber hallo und herzlich willkommen zurück beim take it let's play was geht hallo hallo ich bin mir nicht sicher ob es legt aber eigentlich ich bin mir nicht sicher aber mir kommt es wahrscheinlich immer so vorwärts das es legt weil ich vorgabe verbündet paranoid denn du bist verwirrt nein ich kann mal smooth lightning ausmachen wir brauchen so ein scheiß ich genau wir brauchen so was wieso habe ich hier kein optif und habe ich ob die fallen wieso ist das dann doof aber das war wahrscheinlich damals noch nicht damals noch nicht so damals damals du bist echt fertig was heißt ich bin fertig ja du kannst ja jetzt nicht sagen oh ja es legt nicht mehr es legt nicht mehr es gibt viele leuerungen wo soll ich anfangen zum einen ist ja heute das neue one layout rausgekommen kurz nein sternchen kurz sternchen und da habe ich gleich mal heute früh aus lauter langeweile ich bin schon seit zwei uhr nachts heute offen und fips damit du das weißt da habe ich heute früh einfach direkt mal gesagt ja komm machst du mal fürs neue one layout einfach mal einen kleinen kanaltrailer und es ist mir eigentlich ganz gut gelungen will ich jetzt mal sagen fips war vollkommen begeistert und hat so gesagt ja geil hab ich gesagt voll krass digger digger was wollte ich machen ich wollte mein chap pack bei mir nein ich lade sie bei hangman auch ja genau das tust du so was noch neu ist ich kann jetzt aus dem minecraft fenster switchen ohne angst zu haben dass hier irgendwas die aufnahme abbricht alter ich kann sogar den webbrowser einblenden wenn ich möchte ich kann immer hier ich mach es gerade mal weil ich es kann ich zerstörte sein glas warte mal nö 1 2 3 4 5 6 7 ich kann mal hier so google chrome blattes fenster oh es funktioniert irgendwie nicht ich spiele hier noch gerade so ein bisschen rum nicht wundern dammit äh ich blende kann immer mal die aufnahme ein und aus weil ich spaß dran ah da ist es ja ja ihr seht jetzt im webbrowser im hintergrund ein kanal wurde aktualisiert äh, ja, neues One-Layout, das ist super, ne? Was ist das denn? Ja. Wo ist denn die Game-Aufnahme? Hier ist die Game-Aufnahme wieder. So. Ja, und es ist vieles neu jetzt auf jeden Fall. Ihr seht ja auch, seht ja auch vor allen Dingen, ihr hört neue Musik im Hintergrund. Das ist jetzt ein bisschen moderner, will man sagen. Moderner. Ja, so, so. Ich wollte mal so ein bisschen weg von diesem Alten irgendwie, weiß nicht, das fand ich so abgedroschen auf die lange Zeit. Ich habe mein Chip-Pack immer noch nicht aufgeladen. Moderner, also. Ja, also, ähm, wollte ich mal ein bisschen moderner halten, jetzt. So ein bisschen Elektro, jetzt. Dubstep voll hart, so. Vor allen Dingen mit P. Boah, das Mikrofon voll gesaut. Und mei. Kann ich dir mal hier irgendwas hinstellen? Äh, ich leg den mal hier an Kabeln. Das braucht der eh. Glaube ich. Wo ist denn Kabel? Ich habe keinen Platz im Inventar, deswegen misste ich gerade bei Hängwänden in der Bude aus. Leg den Kabel überall hin und so weiter. Ich glaube, der freut sich. Oh, das kann ich ja hier mal machen. Ich hoffe, die Gäste... Was zur Hölle? Äh, ich würde mal sagen, deine... Was? Rutsche. Hier unten. Oh, du Idiot, man! Du kannst ja... Gar nichts, kannst du. Gar nichts. Fibst du so unfähig. Seine Mutter steckt bei McDonald's in der Rutsche fest. So. Voll gedisst. Äh, wie kann man denn aus Marble Bricks... Was? Marble... Was? Ach ja, scheiße. Mit einer Säge. Oder wie, oder was? Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Äh, gemerkt. Da steht ein Enderman auf meinem Dach. Äh, habe ich einen Nanosaver? Ah ne, der ist ja kaputt gegangen. Aus ominösen Gründen. Ah, mit der Säge geht's. Oh, ich hab ne Enderperle. Oh, ich hab ne Enderperle. Ich hab ne Perle. Die brauchen wir übrigens auch. Bitte sammeln. Wenn's geht. Wenn du's schaffst. Nö. Ich bin übrigens... Auf das, was wir hinarbeiten... Ich bin so ein bisschen am zögern, ob wir vielleicht die Location wechseln sollen. Nein. Naja, es kommt viel... Nein. ...dazu, weißt du? Und... Das... Wir müssten sowieso weiter wegziehen, um das dann zu haben. Müssten wir nicht. Nein. Spinne. Ah. Ich find das vielleicht doch noch ein bisschen grad zu laut. Ich muss das mal ein bisschen leiser. So. Äh, was ich machen wollte, ist mein Dach auf jeden Fall. Mein Dach auf jeden Fall. So was? Hier unten steht ne Säge, wenn du möchtest. Da steht ne Säge auf dem Flur. Kennst du das noch? Dieses Lied. Nein. Dieses Lied musste... Du warst noch nie auf ner Kirmes. Bedaulicherweise war ich ja schon da. Nein. Das war auch nicht das tollste Erlebnis in meinem Leben. Okay. Ich hab gehört, du schwärmst da jetzt von, aber... Naja, das Besäufnis war geil. Wo, der Rest war scheiße. Kriegst du jetzt mal Alkohol? Nein. Wie kommst du da rauf? Das Leben ist ja nur noch so was zu ertragen, weißt du. Mit ner richtigen Buddel rum. Ich hab gedacht, wie krank mit Milch. Naja, Milch hab ich mal probiert ne Zeit lang, weißt du. Aber irgendwann sagst du, naja, das reicht mir nicht mehr. Und dann greifst du zu den härteren Sachen und so. Hat der auch nur 1,5% ne. Klar. Das ist, weißt du, wie ein Placebo-Bier. Das ist von Arsch. Einfach von Arsch. Verstehe ich. Das kannst du ja auch gleich schenken. Ja. Also wie gesagt, vieles neues. Neue Playlist, neues, neuer Phipps. Nein, schön wär's. Aber leider schon wieder ohne Hangman. Ja, Hangman ist so ein Gelegenheitsgast. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, dass wir zufolge 100 alle 3 aufnehmen. Ich werde dann Phipps-Aufnahmen hier oben so mit rein schneiden. Und da, wo jetzt die... Ich verdeck dann einfach meine Mini-Map und ja, 5XL labert gerade im Hintergrund. Das ist auch voll geil. Ich mach einfach mal Next. Ich hab ja so geile Hotkeys auf meiner Tastatur. Hast du die auch? Ja. Die sind schick, oder? Ich glaub, die hat heutzutage fast jede Tastatur. Ich hab aber keine Tastatur, wo mir die Playlist an der Tastatur sozusagen unerträgt wird. Ja, das hab ich ja auch nicht. Aber ich hab halt solche Hotkeys für Windows Media. Mann, nimm mal diesen Creeper! Hat er jetzt wenigstens dein Haus mitgenommen oder wieder meins? Äh, wieder dein. Bist ein Arschloch. Nein, er hat gar keins mit Küste. Oh. Aber die schöne, die schöne Küste. Ja, da war ich meine Küste. Code Asyl. Oh Gott. Alter, du wirst immer schlechter mit deinen Witzen. Ich weiß. Das singt schon lange unter Sarasa ab. Das tut mir echt voll leid, aber... Nein, das glaub ich dir nicht mal. Ah, ich will nicht schlechter Sarasa sein. Ja, das hast du aber erreicht, mein Freund. Das ist Fail. Egal. Mein junger Paderwan. Ich kann keine Dächer bauen. Du kannst gar nichts bauen. Ja, du und deine Mutter auch nicht so. Ich weiß, sie spielt auch kein Minecraft. Aber wenn, ne, da, 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 da könnte die hier... Dann leg die los wie Schmidts Katze. Wer ist Schmid und wer ist seine Katze? Keine Ahnung, ich hab's ja gesagt. Kennst du Schmid, deine Katze? Muss ich mir überlegen. Siehste, 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 siehste. Du sagst das so, aber du kennst doch nicht mal Schmid seine Katze. Die ist bestimmt knuffig. 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 Die ist bestimmt... Schwarz, 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 grau gefleckt. Oh, ja, das ist sie. Ach, das muss ne echt schöne Katze sein. Schwarz, grau gefleckt. Scheiße. Ey, wir kommen aber auf Ideen, ne? Du kommst immer auf Ideen. Ich, ich, natürlich, das bin alle. Dreh dich doch einfach wieder raus. Hab ich doch gerade den. Was denn? Meine Säge geht nicht mehr aus. Die rattert jetzt einfach mal weiter. Steht bestimmt nicht. Nee, überhaupt nicht. Weißt du, ich kann ja die ganze Folge so sprechen. Schön. Ja, mach mal. Nein. Die Herausforderung nehme ich an. Die Herausforderung nehme ich an. Du bist ne Bitch. Weißt du, was auch schön ist? Nö. Auf Open Broadcaster sehe ich jetzt immer, wie lange ich schon aufnehme. Aha. Das ist... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin so impressed. Schöner als der Physiolobus ist dein. Auf jeden Fall. Oh, das ist schon... Das ist voll krass, Alter. Da, 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 da gehst du einfach in die Knie, wenn du sowas siehst. Na, das würde ich nicht sagen. Doch, doch, doch. Das ist echt so. Das ist Wahnsinn. Ja, ich hab hier unten was geplant. Hier unten geh ich jetzt, ähm, runter. Auf Höhe 45, glaube ich. Da kommt kein Wasser mehr. Und da baue ich dann so eine kleine Base, wo unser ganzes Lagersystem und die ganze Scheiße mal reinkommt. Äh, das Lagersystem... Wolltest du nicht eben dein Dach bauen? Ja, das ist doch fertig. Echt? Ja, das hab ich schnell fertig gemacht jetzt. Weil du es so wolltest, weißt du? Ja, weil ich es so wollte. Ich hab schon wieder keinen Ingame-Sound. Das ist ja wie buggy irgendwie in der letzten Zeit. Immer wenn ich Tagit starte, hab ich 10 Minuten Sound und dann ist es weg. Ja, liegt alles an deinem Ding ins Kirchen. Nein. Aufnahmeprogramm. Ne, das ist ja ohne die Aufnahme. Das ist ja auch noch 10 Minuten weg. Das ist so wie ein bisschen buggy. Dann muss ich nochmal gucken. Ähm, aber nicht jetzt. Weil jetzt ist Aufnahmezeit und jetzt haben wir Spaß. Hab Spaß gefälligst. Yeah, 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 yeah. Was war das denn? Das hast du meinen Spaß haben hier. Nie. Mach das nie wieder. Doch. Genau jetzt. Das hat sich ekehaft angehört. Genau jetzt. Was ist genau jetzt? Wiederhole ich mich. Hi. Was geht? Du bist Phipps. Ich kenn dich. Wir nehmen zusammen Minecraft auf. Nein. Doch, das tun wir. Nein. Ich kann die ganze Zeit so monoton reden. Weil das cool ist. Das machen die Leute hier, die mit Zombie zusammen Dingens aufnehmen. Äh. Äh. Minecraft Ultra Hardcore. Die sprechen die ganze Zeit so. Weil sie es können. Und der eine heißt Madado. Und der andere heißt... Oh Saft. Oh Saft. Und der andere heißt... Schlingel. Und der andere heißt Zombie. Und die spielen Minecraft. Du wiederholst dich. Und die spielen... Ultra Hardcore. Weil sie es können. Und die haben sich eine Bergfestung gebaut. Und wo erkennt... Konntest du eigentlich den Namen? Den kannst du doch gar nicht kennen. Natürlich. Meinst du ich gucke keine YouTube Videos? Ich wusste ja nicht, dass du dieses LP guckst. Natürlich auch nicht. Ich hab nur einmal reingeschnippelt. Warum machst du denn sowas? Sowas guckt man doch im Ganzen. Nee. Nee, nee. Das ist nicht für den alten Fips. Aber das macht man doch so. Nein. Aber natürlich. Nein. Nein. Aber doch. Ich hasse das hier. Ich möchte das nicht machen. Aber ich mach's trotzdem. Du hasst uns auch alle. Ich hasse euch alle. Ich bin Madado. Kann es. Nein. Bist du nicht. Welcher Zombie? Oder Ursaft? Nein. Oder was ist Real Pay? Was geht? Die Monotonie hier ist Wahnsinn. Hi. Wir haben da Kohle übersehen. Hi. 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 Oh Gott. Musst du mich gleich schlagen? Ups. Hallo. Musst du den Nuke bauen oder geht's? Nein. Er schreibt nein. Einfach nur nein. Okay. Hüps hasst mich mal wieder. Aber das ist ja nichts Neues. Das wissen wir ja alle. Ich kann das nicht so lang. Naja. Dann machen wir mal hier weiter. Das ist eine Wassermühle. Ramalama Ding Dong. Rede wieder. Ja, ich hör jetzt auf. Ramalama Ding Dong. Geh auf den Solo. Solo. Flockenkinderlade. Flockenkinderlade. Das ist irgendwie unser Wort. Da haben wir ein Copyright drauf. Bestimmt wird uns das eh jemand klauen. Den verklagen wir. Nein. Wir haben ja noch keine Rechte eingereicht. Warte, wie heißt das? Beim Patentamt. Ja, genau. Kein Patent eingereicht. Ja, dann müssen wir ein Patent einreichen. Für Flockenkinderlade. Ich bin euer 3L Pay. Ey, was geht. Das hat bestimmt schon die Firma von Kinderschokolade gemacht. Ja, Flockenkinderlade. Wollt's gut an. Wollt's gut an. Wollt's kaufen. Ja, warum nicht das? Bestimmt stehen die Flocken in der Lade aus Kindern. Das wird's sein. Das ist das Geheimnis, Fips. Flockenkinderlade. Du hast die Geheimrezeptur gelüftet. Ich weiß, es ist ja auch meine Idee. Wir haben folgend Ende, ne? Haben wir das? Haben wir. Ohne Scheiß jetzt. Wir haben 15 Minuten, Alter. Und ein Broadcaster sack mir das auch. Und weil's so geil ist. Mann. Ich flipp voll aus. Was? Ein Feld. Ach nee, warte. Nein, nein. Flockenkinderlade? Das ist schon gut. Ist schon gut. Das erzähl ich dir, wenn anders macht. Dann machen wir nächste Folge. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Pitchers, wenn's wieder heißt. Let's play. Ticket reloaded. Reloaded? Ja. Ja. Ja, mittlerweile ist es ja. Wir können's ja mittlerweile sogar Takedown nennen. Weil da ist ein Duo, da ist ein Haus und da ist noch. Wir nennen es Takedown. Bis zum nächsten Mal. Bye. Takedown hier. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das Fips. Tschüss. Tschüss.